Was ist denn alles so stark und so muskulös und so gefährlich? Ja, so sehen sie zumindest aus. Was erwartet uns denn heute? Das wird verdammt hart, wie immer. Nein, wie alle Neuen wirst du natürlich erstmal, was Kontaktsachen angeht, geschont natürlich. Ich habe meinen Fingerloch in das heingerissen. Das macht mir alles ein bisschen Angst. Ja, das war herausfordernd auf jeden Fall. Und man muss unglaublich schnell rennen können. Also die Männer sind mir bei den Übungen davon geflitzt. Ich kam da gar nicht hinterher. Und fangen sicher sein, sag ich jetzt mal. Einen Ball habe ich ja leider nur, warte. Ich glaube dreimal gefangen oder so von ungefähr 100 Mal oder so. Was ich gerade erklärt habe, ist der Dick. Warum auch immer das so heißt. Ich glaube, die Männer haben sich heute schon noch recht zurückgehalten mit Verteidigen und so. Aber es waren sehr nett, haben mir alles gut erklärt. Sehr charmant. Aber ich glaube, der Sport ist mir ein wenig zu brachial. Mabuk-Football auf 3. 1, 2, 3. Mabuk-Football! Jungs, alle nochmal zu schließen. Mabuk-Football! Mabuk-Football!